Willkommen zurück bei Mars. Mars? 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 Zurück auf Mars. Wir müssen den Mars befreien von der Zombie-Apokalypse hier. Wir wissen nicht, was los ist. Wir nehmen mal hier den Reparaturkosten. Ähm. In der letzten Folge haben wir ja die Mission 1, wofür wir das gekriegt haben, und Mission 2 gemacht. Bei Mission 2 haben wir leider nicht hundertprozentig abgeschlossen. Daher kriegen wir leider keine hundertprozentig Rückerstattung. Das wird ein bisschen harter bei der Nummer 3. Ist egal. Schaffen wir trotzdem. Und, ja, legen wir mal los. Harter wird das. Harter. Nicht härter. Harter. So, es ist übel warm. Ist das bei euch auch so warm? Das Gelände wirkt relativ stabil. Scheiße warm. Das geht gar nicht. Von allen Seiten angreifbar. Der Satellitenanalysenbericht der Zentrale beschreibt die Gegend als sicheres Terrain. Bullshit. Sicher für wen? Ja, das hier wird schon schwieriger. Wir haben nur vier Crewmitglieder. Das war ordentlich viel Baumaterial. Da war meine Schwester drin. So. Genau, die schicken wir gleich mal los. So. So. Und so. Extractor. Extractor. Bau abgeschlossen. Von unten erst mal. Wird gebaut. Ich baue erstmal zwei. Bau abgeschlossen. Auf dem Weg. Verstanden. Ich sollte mir das angewöhnen, das mit C zu machen. Ist viel einfacher. Von oben kommt der auch gleich noch. Oh, auch direkt zwei. Wird gebaut. Gegner. Bau abgeschlossen. Ja, Sir. So, gucken wir mal, dass wir das hinkriegen, ne? Ich denke, dass wir das hinkriegen, aber wird anstrengend. Wird anstrengend. Wollen wir mal, wenn wir nicht genug Baumaterial haben. Wird ausgebaut. Da kommen Sie. Bau abgeschlossen. Ja. Gegner. Wird ausgebaut. Gleich mal abbauen, damit wir schneller Baumaterial kriegen. Baumaterial kann man nie genug haben in diesem Spiel, glaube ich. Das wird hart. Hartes Stück Arbeit. So, den hier level ich gleich mal einmal hoch. Den auch, sobald es soweit ist. So, dann müssen wir jetzt auch erstmal sparen. So, ich hoffe, diese Crew ist gleich da. Das dauert noch ewig gefühlt. Der ist besetzt, ne? Ja. Knall sie ab. Knall sie ab. So, der ist weg. Kann ich den erstmal nach da oben schicken? Da kommt die Crew. Die Verstärkung. Das ist auch ganz cool, dass er da direkt wieder rein dockt. Und direkt wieder los. So, von oben kommt die nächste Welle. Bauen wir mal direkt ein. Und daher, dass er das vorhin so betont hat, ist es leider so, dass hier nachher das Stück wegbrechen wird. Daher werde ich den hier mal zurücknehmen. Ah, den habe ich jetzt ein bisschen scheiße postiert. Mist, die Kack. Ähm, ja. Toll, jetzt hier das aufleveln. Nochmal, Leute. Jetzt kommen wir durch. Den hier am besten auch gleich nochmal. So, habe ich schon wieder? Ja, habe ich. Wird gebaut. Wirst du dir das? Gebaut. So, du fußläufig hier rüber. Du fußläufig hier hin. Den bitte auch gleich einmal upgraden. So, komm mach hin, ne bitte. Wir brauchen mehr Mann. Mehr Manneskraft. Lass mal reparieren hier. Schneller. Leute. Mach hin. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, doch passt. Na, hast du gesehen, wie du angreifen sollst. Gut. Gut. Das läuft. Sind natürlich jetzt ganz schön nah dran. Gehen wir nach Dor. Diese Wellen gehen ja alle noch. Linder. So, den muss ich jetzt. Komm raus, da. Wächter. Äh. Junge. Geh wächter. Bau den mal aus, bitte. Geh mal da rein. Das ist ja auch gleich reparieren. So. Das hier direkt wieder aufleveln. Ja. Die muss ich auch beide hochkackern. Dor hin. Und Dor hin. Müssen wir. Fette Läufer. Level 2. Äh. Du kannst. Fußläufig einmal bitte nach hier. Du kannst schon mal nach Dor gehen. Es geht immer so rum. Ah. Halt. Halt. Du untersuchst erstmal das Ding. Erstmal Schutzschild. Tu mir nicht weh. Bitte. Tu mir nicht weh. Weil ich das Schild gerade gebaut hab. Schützt den Länder. Da. So. Die Fetten sind halt schon echt. Unschön sag ich mal. Wir müssen den ausgebaut. Bau abgeschlossen. Wir müssen den da jetzt rechtzeitig rauskriegen. Ich will meine Crew nicht verlieren. Na ja. Alles gut. Passt schon. Passt schon. Verwirrung ausgebaut. Bau abgeschlossen. So. Was zum Teufel. Das war verdammt knapp. Wie schon gesagt. Mehr als instabil. Von dort kommt jedenfalls keiner mehr. Ja. Das stimmt wohl. Ähm. Was haben wir jetzt? 900. Das ist gut. Können wir hier direkt noch ein Geschütz hinbauen. Am besten. Ah ne. Zwei gehen nicht. Das ist Max Out. Das hauen wir auch gleich direkt komplett hoch. Das ist auch komplett hoch. Für alle die hier durchrennen. Stelle ich hier mal noch einen hin. Nochmal aufrüsten. Gut. Ich brauche jetzt jeden Mann. Hier hängen. Achso. Da waren wir noch eins. Zwei. Drei. Vier. Was ist denn? Fünf. Sechs. Ah. Ich habe aber auch plus sechs. Ich hole mal noch einen. Verstärkung. Ist und ach. Ist gleich da. Die Verstärkung. Guck mal. Hier unten können wir denn nochmal einen aufstellen. Kann sein, dass wir hier nachher den Extractor nochmal. Ähm. Abbauen müssen. Können. Sollten. Müssten. Hier sieht das jetzt zum Glück nicht ganz so. Gleich wieder Verstärkung holen. So. Zwei Leute habe ich. Ich bin beeindruckt. Es ist gut zu wissen, dass ich nicht die Einzige hier bin, der die Mission wichtig ist. Verstanden. Ja, Sir. Jawoll. Du rennst nach hier drüben. Verstanden. Und du bitte auch. Auf dem Weg. Einstelle ich nach hier. Wir werden gebaut. Die Bau abgeschlossen. Ich bringe mich doch weiter nach hinten bitte. So. Wie viel habe ich? Einer ist frei. Das ist er hier. Du mal nach dort. Gleich wieder upgraden. Oh, läuft doch. Läuft doch gut. So schnell wie das letzte, wie ich das... die letzten zwei Runden hatte war, ist es doch gar nicht. Wir werden ausgebaut. Die Bau abgeschlossen. Kann ich den? Nee, von oben kommen jetzt auch schon wieder welche. Ach, schön. So. Komm. Mach die alle nach dort. Nach dort. Die nach oben ist abge... Zack. Abbau. Abbau. Nach unten ist noch nicht fertig. Nee, nee. Gut. Dann baue ich hier mal... den nochmal aus. Oh, geht doch. Ich weiß gar nicht, was ich hatte. Was ist die Shuttle? Kann ich den noch schnell verschieben? So nach hier so. Wohl, nee. Wie viele Wellen kommen noch? Was? Die letzte. Die Welle und die Welle noch. Habe ich hier noch einen? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Passt. Habe ich mal ein bisschen Glück, kriegen wir gleich noch ein bisschen Crew dazu. Crew dazu. Da sie. Wir haben einen riesen Ruckel. Alter. Glaube, dass... Okay. Ich brauche euch jetzt mal kurz hier. Nach dort. Und nach dort. Toll. Ach so, ist noch das Schild. Puh. Ist noch das Schild. Mach sie alle. Kachel sie weg. Was? Ach so. Ähm. Unten ist fertig. Sieg. Sieg, Leute. Sieg. Ich will nicht eine Sekunde länger bleiben als nötig. Die Qualität der Berichterstattung ist frustrierend. Die Zentrale sollte uns nicht mit Halbwahrheiten abfertigen. Nicht, wenn es um unser Leben geht. Jetzt hören Sie aber auf mit Ihren Verschwörungstheorien, Captain. Jeder macht mal Fehler. Ja, klar. Und unsere Sicherheit steht an erster Stelle. Hm, 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 hm. Jawohl. Jawohl, jawohl. Manchmal braucht es halt drei Anläufe, um es zu schaffen. Ja. Hat gut geklappt. Was ist das? Ah, sehen wir gleich. Gut. Nummer vier. Auf dem trockenen Seeboden. Von da, da, da und da. Oh, vier Richtungen, Alter. Vier Richtungen. Ähm, was haben wir hier? Wartezeit für Verstärkung. Übernehmen. Start. Mal gucken. Was wir an Crew mitnehmen können. Ob es mehr sind als nur vier. Ich habe das befürchtet. Ein Bericht über das nächste Gebiet ist gerade reingekommen. Wir werden uns wieder gegen alle vier Himmelsrichtungen absichern müssen. Wie schon letztes Mal. Glücklicherweise haben die Ingenieure den Entwurf für das Tech-Zentrum fertiggestellt. und ich kann in der Nähe eines Ressourcenfeldes landen. Wenn wir schnell genug ein Tech-Zentrum errichten, können wir eine Verteidigung aufbauen, die stark genug ist, um mit ihnen fertig zu werden. Okay, wir schaffen das. Denk ich. Drei Ressourcenfelder, das ist doch gut. Das ist doch top. Guck mal, theoretisch. Erstmal aufbauen. Ein Ding hier. Ein Ding hier. Ein Ding hier. Und ein Ding hier. Ach, scheiße. Habe ich fünf? Jawohl, ich habe fünf. Wie meint das? Ach, der muss weiter weg. So. Was soll denn das? So. Gut. So, denn... Einmal bitte dort. Einmal bitte dort. Eins, zwei, drei. So. Direkt aufleveln. Hier auch direkt aufleveln. Und jetzt erstmal... Crew. 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 Crew und Crew. Ich kann es eigentlich gleich nochmal aufleveln. Sicher ist sicher. Crew ist ganz schön spät dran. Gleich losschicken. Was ist das? Äh. Anfordern zwei. Drei. Jawohl. Das machen wir direkt. Zeit 60 Sekunden. Alles 60 Sekunden. Verstärkung angefordert. Gleich von unten schon wieder. Komm, 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 komm. Na los. Dann nehme ich mal einmal den hin. Dort. Und den gleich wieder aufleveln. Kommt von da schon was? Nee. Nee, 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 nee. Kommt noch nix. Das ist ja eigentlich für Linien. Keine Ahnung. Da haben wir gerade drei Ideen gleichzeitig aktiv gleich. So, so, so. Das ist auch Max. Max. Geht nach Werten. Kann ich die eigentlich auch aufleveln? Tatsächlich. Wie teuer ist das? 350. Was sorgt dafür? Ein weiterer Anschluss. Hm, das ist gut. Da kommt die... Verstärkung. Verstärkung. Und... Direkt wieder los. Ähm... In den rein, bitte. Achso, da ist schon einer drin. Kann ich da eigentlich gleich einen zweiten aufbauen, gleich, ne? Level off. Kommt von da schon was? Nö. Von links wieder erst. Warte mal, bis wir zwei haben. Achso, warte mal. Einer kann noch da rein. Haben wir immer noch drei. Leute, läuft. Leute, läuft. Drei ohne was zu tun. Eins, zwei, drei. Vier, fünf, sechs. Ja, doch. Drei, tatsächlich. Und dann baue ich mal hier noch einen hin. Da so. Und direkt... Auch wieder aufleveln. Sobald wir uns den nächsten leisten können, kommt er da hin. Uiuiui. Oder doch da unten? Achso, warte mal. Einer von euch. Ach ja, Tech-Zentrum. Wie viel? 300. Okay, ich warte kurz. Die Stärkung ist eingetroffen. Stellt euch mal nochmal da hin. Das läuft da oben ganz gut. Tech-Zentrum? Kann ich jetzt? Ja, kann ich. Zack. Erstes Tech-Zentrum an. Sieh mal einer an. Ein waschechter Raketenwerfer in unserem Menü. Die Ingenieure haben sich ins Zeug gelegt. Wenn Sie jetzt schon beeindruckt sind, warten Sie ab, bis dem Ding ein Upgrade verpasst wurde. Neue Aufgabe. Erforschen Sie einen neuen Zon. Raketen. Sie brechen durch. Ach, halt, stopp. Ich baue hier mal 250. Das mache ich direkt. Der ist Max. Obwohl, lassen wir mal einen Raketenwerfer gleich hinstellen. Obwohl, drei hat er ja, ne? So, so, so. Kommt da noch ein Raketenwerfer hin? Hier kommt erstmal noch... Kann ich mir grad noch ein gleiches hin? Ähm. 100er Liner. Und er muss da... Ah, guck mal hier. Hier lang ist es noch gar nicht gesichert. Hm, kann man machen. Sollte man aber nicht. MET-Station, sehr gut. Die HAK-MET-Station. Hier sollte vielleicht auch noch ein zweiter Turm hin. Wird gebaut. So, so. Gut. Mir ist warm. Ich weiß nicht, ob man mir das ansieht. Ah, warum habe ich das noch nicht gemacht? Nose. Sehr schön. Wie teuer ist der? Das waren ja 50. Alter. Analyse abgeschlossen. Sehe ich aus, als könnte ich Geld kacken. Ich drücke mal da an. Von hier kommt zum Glück noch nichts. Kommt nachher bestimmt die letzte Welle. Bei welcher Welle sind wir 6 von 10. Watt, watt, watt. So. Direkt reparieren, solange die Welle nicht da ist. Da ist alles heile. Hier ist alles heile. Hm. Bau mal einen Raketenwerber. Wie viel Reirios hat der? So, da ist gut. Ähm, habe ich noch einen irgendwo stehen? Den habe ich da noch stehen, ne? Kann ich den gleich wieder upgraden? Ja, nice. Ja, nice. Den kann ich auch gleich nochmal aufrüsten. Den kann ich auch nochmal aufrüsten. Der ist voll. Yeah, Verstärkung. Ähm. Ah, von hier rechts jetzt. Okay. Ähm, jetzt soll ich das jetzt noch kurz reparieren. Sie brechen durch. Sie brechen durch. Wolle ich wieder losschicken hier. Verstärkung angefordert. Ähm. Wieso schicke ich den denn los? Scheiße. Ah. Watt, watt, watt. Watt, wo kommt der denn her? Hilfe. Hallo? Er schießt den da mal. Gut. Wo ist er jetzt hin? Der hat einen Mann da. Ach so, hier muss ich jetzt. Ach so, hier muss ich jetzt. Raketenwerfer erstmal. Hm, nee. Erstmal ein Geschütz. Ich bin mit vorne. Habe ich jetzt noch einen. Bauch abgeschlossen. Jetzt sind wir bitte da rein. Bauen wir direkt noch eins. Nummer zwei. Doc, schauen Sie sich das an. Widerwärtig sieht er aus. Irgendwie krankhaft. Eine neue Subspezies. Achten Sie auf Ihr Verhalten, Commander. Möglicherweise müssen wir unsere Taktik anpassen. Gegner nähert sich. Oh Gott. Wieso ist da noch keiner drin? Du, solltest da hin. Okay. Habe ich schon irgendeine Seite abgeschlossen? Nee, ne? Schade. Da habe ich noch zwei Leute. Du den. Und den. Ähm, halt, stopp. Nein! Ah! Fuck! Scheiße! Da komme ich gleich ins Schwitzen. Gib mir mal einen Raketenwerfer, bitte. Nee, kann ich gerade noch nicht. Oh fuck. Oh fuck. Verstanden. Äh, bau mal Schilde, bitte. Ganz schnell. Was haben die denn dabei? Ach du Kacke. Leute! Ich brauche mal alle Leute, die ich kriegen kann hier, bitte. Scheiße. Von unten? Scheiße. Leute. Ich brauche mal alle Leute. Tut was. Macht sie kaputt. Unsere Basis wird man nicht. Verruf mich denn bitte jetzt hier an. Ich muss mal kurz ein Päuschen machen. So. Da bin ich wieder. Musste kurz telefonieren. Mein Cousin. Immer die zu unpassendsten Zeit. Aber egal. Wir müssen uns gerade. Wir sterben gerade. Ähm. Du gehst mal kurz da rein. Du gehst mal kurz da rein. Das repariere ich mal kurz. Und da ist fertig. Ähm. Abbauen. Ja. Abbauen. Abbauen. Ja. Kaputt. Ähm. Bau mal bitte. Bau mal bitte. Den einmal bitte verschieben. Nach dort. Geht nicht. Da geht. Scheiße. Ähm. Mach mal bitte eine Zeitlupe. Danke. So. Als erstes der Raketenwerfer. So. Wird gebaut. Wird gebaut. So. Kann ich das hier auch gleich mal upgraden? Dann kann ich da hinten noch einen zweiten Raketenwerfer einstellen. Da kommt noch. Scheiße. Da hat's nie Energiehub. Da ist einer drin. Da ist einer drin. Da ist einer drin. Da ist einer drin. Da geht keiner rein. Puh. Los. Ich brauch mehr. Ich brauche mehr. Ich brauche mehr. Scheiße. Ich brauche mehr. Ich brauche mehr. Da geht die erste Rakete los. So, sobald das fertig ist Drücke ich wieder auf Play Okay, kann ich eigentlich jetzt schon machen Nein, 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 nein Nein Hilfe, sie brechen durch Kann ich das mal Geht das nicht Scheiße Alter Da kommt noch mehr Ups Sind die besetzt? Ich weiß es nicht Nein, die sind natürlich nicht besetzt Keine Leute Irgendwie habe ich das Gefühl, das schaffe ich nicht Nein Verkackt Verkackt Gut, meine lieben Freunde Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder Wenn das hier vielleicht ein bisschen besser läuft Haut rein Bis dahin Und Tschüss Neustart